Jo Freunde was geht und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir droppen heute mit einem random Brawler. Wir drücken gleich fünf mal hier und der Brawler der dann hier erscheint den müssen wir droppen. Okay zum Glück kein Brawler der hoch ist. Dann schauen wir mal wie viele Pokale wir Rafs droppen müssen. Okay 30 Pokale damit habe ich ja noch Glück gehabt. Ja! 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 Oh Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.